Schönen guten Abend zu einer nicht ganz so erwarteten Veranstaltung, aber ich freue mich, dass wir uns in dieser Runde unterhalten werden. Und ich denke, es kann dadurch auch ein spannendes Gespräch entstehen. Beginnen möchte ich damit, dass das heutige Thema oder der Kern des heutigen Themas ist die Frage von Grenzen, von Grenzüberschreitungen, von Grenzgebieten. Das heißt letztlich nur immer die Frage, wie werden Grenzen festgelegt und Grenzen müssen auch immer akzeptiert werden von den jeweiligen, von einer Seite der Grenze und von der anderen Seite der Grenze. Und wir wissen ja, dass natürlich auch Grenzen, die Geografen, Topografen, Politikleute aus der Politik, Leute aus der Wissenschaft, die das immer unterschiedlich verstehen, etwas ganz anderes auch damit meinen. Und damit aber, das heißt, damit eine Grenze eine Grenze sein kann oder anders oder vielleicht doch noch ein bisschen anders gesagt, die Schlussfolgerung ist, dass Grenzen eine Konvention bedürfen, sonst sind sie keine Grenzen. Man muss sich klar sein, was man damit, was man abgrenzt und wovon man es abgrenzt. Ob das jetzt immer, ob das in der Wissenschaft ist, wo man das dann zum Beispiel Interdisziplinarität nennt, ob das zum Beispiel in der Kunst oder in der Literatur, ob das die Fragen ist, wo beginnt die Prosa, wo beginnt die Wissenschaft. In der Frage von einer Sozialpsychologie, die Frage, wer ist wir, wer ist der andere, wer bin ich, wer ist das nicht ich. All das sind Themen, die irgendwie mit Grenzen zu tun haben. Und wenn ich das jetzt mit einem Beaumont jetzt einmal vorläufig so meine Einleitung beenden will, dass wir uns eine knappe Woche nach dem Wahlergebnis in Österreich hier treffen, hat auch was mit Grenzen zu tun, denn das Wahlergebnis ist zumindest grenzwertig, könnten wir es nennen, zumindest grenzwertig, auch wenn es nicht ganz unbekannt geworden ist, auch wenn es nicht ganz unerwartet gekommen ist. Aber was Grenzüberschreitungen und Grenzbereiche zum Beispiel bei Wahlen betrifft, müssen wir, müssen wir zum Beispiel oder können wir daran denken, was über die Medien dann immer läuft und uns Konsumenten oder Interessierte präsentiert wird, als die Wählerwanderungen. Auch das sind in einer bestimmten Art und Weise politische Grenzüberschreitungen. Eindeutig feststellbar ist letztlich nur in einem sehr rigiden, positivistisch-sozialwissenschaftlichen Sinne letztlich nur, was wird gezählt. Aber auch damit wird auch wieder eine Grenze festgelegt. Ich will jetzt mit meiner Einleitung jetzt einmal damit ein Ende machen. Ich freue mich über meine Gäste, Christoph Rheinbrecht, Soziologe der Universität Wien, Ernst Schmiderer, ehemaliger Journalist, Initiator von, seit Jahren Initiator von demokratischen Initiativen, auch, wie ich weiß, und besonders in der Frage von, wie Menschen mit Grenzen umgehen, mit den üblichen geografischen Grenzen, mit den durchaus üblichen sozialen Grenzen. meine und die beiden Gäste, die an einem der Projekte von Ernst mitgewirkt haben. Und ich möchte gern, Ernst, dass du jetzt beginnst, mal kurz das Projekt vorzustellen. Gut, vielen Dank, Peter, für die Einladung. Als Erster stelle ich am besten an meine Gäste vor, die ich mitgebracht habe. Das eine ist die Jurya Knoll, die links von mir sitzt. Das andere ist der Mosch Tavakuli, der rechts von Peter sitzt. Die beiden habe ich kennengelernt im Laufe meiner Arbeit. Ich sammle seit gut 15 Jahren sehr systematisch autobiografisches Material von Menschen unterschiedlichster Herkünfte, sage ich mal. Ich habe das sehr ausführlich gemacht, über 10 Jahre lang, fast 12 Jahre lang, für die Zeit, für die Österreich-Ausgabe der Zeit, in einer Kolumne, die hieß, drinnen und draußen, und wir stellen ja heute ein Heft vor, Peter, oder du wolltest ein Heft vorstellen, das kommt zum Schluss, Entschuldigung, ich habe es gleich versemmelt und versaut, am Anfang, ich habe es aufgeschlagen und habe gesehen, drinnen oder draußen in Zeiten autoritärer Grenzen, das hat mich erinnert an, ich habe eben diese Kolumne geschrieben über drinnen und draußen und habe im Zuge dieser Recherchen den Mosch Tavakuli kennengelernt. Der Mosch Tavakuli ist ein, was man heute als Kastler, als Schublade unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nennt, UMF sozusagen, und wir haben uns vor neun Jahren kennengelernt, 2008, und er hat mir 2008 seine Geschichte erzählt, in der Ich-Form, da werden wir nachher noch was davon hören. Die Jurya habe ich kennengelernt in einem zweiten Projekt, das heißt, wir berichte aus dem neuen Öl, das muss man in die Kamera halten, dass man das auch sieht, da geht es im Wesentlichen darum, dass wir uns vorgenommen haben, in einem kleinen Team 5000 Jugendliche in Österreich zu finden, die uns in Schulheften ihre Autobiografien, kleine autobiografische Skizzen aufschreiben. Wir gehen mit dem Versprechen in diese Gruppen, dass wir uns bemühen werden, diese autobiografischen Skizzen auch zu publizieren. Mittlerweile haben wir zehn Bücher gemacht mit diesen autobiografischen Skizzen, wir haben mittlerweile rund 3000 solche Geschichten gesammelt. Die Jurya hat eine davon geschrieben, und das bringt uns gemeinsam heute zum Peter. und ich würde vorschlagen, zur Einstimmung sozusagen, bitten wir die Jurya mal was vorzulesen, oder? Ist das in Ordnung, Herr Paragator? Gerne. Also nur, um ein bisschen Kontext zu geben, ich war 15, als ich das geschrieben habe. Und bis jetzt? 21 stimmt. Sollte vielleicht auch dazu sein. Und heute würdest du es anders schreiben? Ich würde, glaube ich, andere Dinge, es wären mir andere Dinge wichtig, aber für damals hat das bestimmt... Können wir dann noch drüber reden. Genau. Das finde ich interessant. Jurya, 15, auf Hawaii. Wenn man sich bei jemandem vorstellt, ist eine der ersten Fragen, woher kommst du? Meine trockene Antwort, ich bin geboren in Japan, wohne in Wien. Meine Mutter ist aus Brasilien, mein Vater aus Österreich, meine Stiefmutter aus Amerika. Ich habe in Japan nicht mehr als zwei Jahre verbracht. Mich verbindet mit diesem Land nichts, nur meine Geburt. Meine Eltern, also mein Vater und meine Stiefmutter, wohnen auf Hawaii. Nein, das ist kein Scherz. Ich wohne seit drei Monaten hier in Wien. Ich weiß nicht, woher ich komme. Ich will es, glaube ich, auch gar nicht so genau wissen. Meine Heimat ist... Naja, hoffentlich wird es bald Wien sein. Für mich ist Heimat kein Land, keine Stadt. Meine Heimat ist, so blöd es klingt, wohl am ehesten, die Musik. Musik ist immer da und wird es immer bleiben. Die Musik ist das eine sichere in meinem Leben. Natürlich gefällt mir Wien. Eine wunderbare Stadt. Natürlich liebe ich mein kleines Zimmer auf Hawaii. Ich liebe es, zu Hause am Dach zu sitzen und zu sehen, wie die Sonne, meine kleine Insel, mein Zuhause in rotes Licht taucht. Trotzdem kann ich nur einmal im Jahr dort sein. Den Rest des Jahres bin ich irgendwo. In Wien oder Berlin oder in New York. Ich glaube, egal wo ich bin, ich sollte es genießen. Ich kann nicht einfach sagen, dieses Wochenende fahre ich nach Hause. Mein Zuhause ist die Welt. Zuhause ist, wenn ich mit Freunden bei Starbucks sitze und mich über etwas Sinnloses kaputt lache. Wo ist egal, ob in Europa oder Amerika. Mein Zuhause sind die Menschen und die Musik. Danke. Und klug für eine 15-Jährige. Ich meine das im Ernst. Dankeschön. Also wenn ich es jetzt lese, denke ich mir immer so, oh Gott. Nein, nein. Das habe ich mir damals gedacht. Aber das ist halt 15-Jährige. Und wie denkst du heute darüber? Ist das sehr ähnlich oder hat sich das sehr verändert? Mein Begriff von Heimat ist immer noch dasselbe. Also das ist immer noch so, dass ich das nicht so sehr fixiere. Aber ich bin schon sehr in Wien zu Hause. Und ich kriege Wien Heimweh, wenn ich nicht da bin. Wenn ich länger weg bin aus Wien. Aber eigentlich ist vieles ähnlich. Ich glaube nur, also der Text geht noch weiter. Ich habe ihn gegrüßt. Ich glaube nur, ich würde jetzt was ganz anderes erzählen. Und wenn ich das, was ich mit 15 geschrieben habe, jetzt lese, denke ich mir oft, es kommt mir ein bisschen banal vor. Aber damals war das ganz wichtig und war das ganz schlimm irgendwie. So eine Identitätssuche. Und wer den Text ganz lesen will, kann das natürlich tun. Diese Bücher gibt es. Die gibt es im Buchhandel zur Not. Aber die gibt es natürlich auch bei uns. Bezugsquellen kann man dann über den Peter her fragen. Und da sind in jedem Buch etwa 200 solche Geschichten drin. Und darum habe ich die Jurya eingeladen, ihre Geschichte vorzulesen, weil es einfach zeigt, dass jeder Mensch Grenzen überwindet. Das hat nicht nur damit zu tun, dass man die geografisch überwindet, wie in Juryas Fall. Das hat auch damit zu tun, dass wir jetzt in einem Hochpartär sitzen, wo acht oder neun Stufen zu überwinden waren. Die für dich besonders schwer zu überwinden sind, weil du im Rollstuhl sitzt und nicht überstufen kannst. Und dieses freundliche Haus nicht barrierefrei ist. Da hätten wir das nächste Thema aufgewiesen. Also das ist so eine Sache, die mir erst später bewusst geworden ist. Ich bin ja schon mein ganzes Leben lang behindert. Aber das habe ich nie so gesehen. Und jetzt, wo ich in Wien lebe und das mit der Barrierefreiheit schon echt ein Problem ist, merke ich es halt mehr. Also das spüre ich halt schon. Was jetzt nicht heißt, dass die Grenze der Stufe nicht überwindbar ist, aber sie ist da. Also man kann jetzt nicht, ja, also da ist sie schon. Das ist nämlich, also was mir jetzt aufgefallen ist beim Lesen, dass in dem Text, du sprichst ja von einer Heimat und wo du zu Hause bist und wo du dich wohlfühlst. Du denkst darüber nach. Das Interessante ist, dass du in diesem Nachdenken eigentlich Grenzen gar nicht vorkommen. Oder anders gesagt, ich erlebe es, dass für dich eigentlich die, wenn überhaupt an einer Grenze nur über eine zugewiesene oder selbst vorgestellte geografische oder politische Grenze eigentlich nur existiert. Ja, ich glaube, das kommt hin. Also, ja. Ich würde, ich weiß nicht, hast du was dazu zu sagen? Also ich würde das schon... Nein, ich finde es interessant, dass ja die, eine Grenze, die jetzt im Text nicht vorkommt, aber die Retrospektiv vorkommt, ist ja die Überschreitung... Das ist mir ein bisschen näher in die Schule. Ja, ja, komm da. ...ist ja die Überschreitung der Adoleszenz. Das heißt, sie sind ja in diesem Weg, den sie beschreiben, ist ja auch ein Weg hin zu einem Erwachsenensein von einem Jugendlichsein. Als 15-Jährige ist man sozusagen anders. Und das ist das Tolle und Berührende an dem Text, dass er sich sehr öffnet, diesem Adoleszenzsein. Das finde ich sehr beeindruckend. Wobei man nicht, um das zu schmälern, sondern um es zu betonen, dazusagen muss, dass die Jurya immer schon sehr viel geschrieben hat, sehr erfolgreich schreibt, in allen möglichen Schreibwettbewerben etc. aufgefallen ist. Also da ist jemand, der mit Schreiben sich selbst erkundet, seine Grenzen. Also die Essenz ist ja, also Jugend und Erwachsenensein ist ja klassisch gesehen eine Statuspassage. Also eine Grenze, die man mit einem Ritual oder irgendeiner Form von einem Ritual überwindet. Und das Schreiben ist vielleicht eine Form, auch dieses Ritual zu ersetzen, quasi zu abzuarbeiten. Diese Art von Rollenzuschreibung, die man hat als Jugendliche und mit der man konfrontiert, das ist das Erwachsene. Und das spürt man in diesem Text aus einer Perspektive einer Jugendlichen, die sehr weit vordenkt, ohne jetzt sich ins Erwachsene sein zu denken. Das finde ich interessant. Das ist kein Text, also ich interpretiere das jetzt, wenn ich darf. Das ist kein Text, so habe ich das gehört, der jetzt sich in die Erwachsenenwelt versetzt, sondern ein Text, der im Jetzt ist, aber in diesem Jetzt unglaublich antizipiert. Also eigentlich diese Statuspassage meint, dass man sein Konzept aus der Kulturanthropologie, wo man davon ausgeht, dass man eine Rolle, die festgeschrieben ist, was darf man als Jugendliche und welche Aufgabe hat man zu erfüllen, zum Beispiel in die Schule gehen, eine Ausbildung machen, den Eltern gehorchen und was oder mit den Jugendlichen, mit den Freunden abhängen und Spaß haben. Und was hat man zu tun als Erwachsene, Beruf, Familie, wie auch immer. Und dieser Übergang, der ist natürlich einer, der klassisch gesehen sehr rituell geformt war, sehr institutionalisiert und mittlerweile sehr porös geworden ist. Und er fordert vielmehr auch eine selbstreflexive Arbeit. Und dieser Text macht das, ohne dass er es so intellektualisiert. Das ist das Schöne an dem Text. Spannend zu hören von außen, weil ich kenne ihn ja noch nicht. Ja, wie alt war ich damals? 14, 15? Ja, es steht irgendwo drauf, glaube ich sogar. Es steht drauf. Links ist es und... Ja, genau, als 14-Jähriger habe ich den Text geschrieben. Wie die Zeit vergeht. 2008. 2008. Ja, ich bin mittlerweile 24, also 10 Jahre ist das her. Ja, und wie du auch erwähnt hast, es waren damals eben die Punkte, die ich hier in dem Text geschrieben habe, wichtige. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt aus der heutigen Sicht noch einmal den Text durchschreiben werde, wie ich es geschrieben habe. Ja, aber ich lese mal. Ja, der Titel von dem Text heißt, irgendwann wieder Fußball spielen. Also, ich bin immer noch Fußball begeistert. Also wirklich, und damals habe ich auch sehr gerne Fußball gespielt. Ja, ein Afghane in Niederösterreich, der 14-Jährige und starbbar Tavakoli ist ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling und besucht eine Hauptschule in Mötling. Ich bin mit meinem Bruder aus Afghanistan geflohen. Er ist bei der Überfahrt im Meer ertrunken. Ich kam alleine ins Flüchtlingslager Treskirchen. Seit einem Jahr lebe ich in einem Heim der evangelischen Diakonie in Mötling. Asyl habe ich bisher noch nicht bekommen. Für mich gilt Paragraf 8. Das heißt, dass ich für ein Jahr bleiben darf. Dann wird wieder neu entschieden. Im Heim lebe ich mit 38 anderen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Sie kommen aus der Mongolei, aus Afghanistan, Nigeria und aus dem Kosovo. Ich versuche mit allen Deutsch zu sprechen. Deutsch ist die Sprache, die ich für meine Zukunft brauche. Wenn einer kein Deutsch versteht, spreche ich Englisch. Das habe ich von meinem Bruder gelernt. Im Internet lese ich die Nachrichten der BBC am liebsten in Persisch. Das ist meine Muttersprache. Das ist meine Muttersprache, da ist ja ähnlich. Ich liebe Fußball. Jeden Dienstag und Mittwoch schaue ich mir die Spiele der Champions League im Fernsehen an. Bis zum vergangenen Herbst habe ich selbst gespielt. Das war beim 1. SV Kuntramsdorf als Stürmer. Doch im November musste ich operiert werden, weil mein linkes Bein seit einem Unfall verkürzt ist. Deswegen muss ich im Rollstuhl sitzen. Aber mit Krücken kann ich auch gehen. Irgendwann werde ich wieder Fußball spielen können. Sehr wichtig für mich sind Marion und Bernhard, meine Partner aus dem Projekt Connecting Pupil. Sie holen mich am Wochenende nach Wien und auch wenn ich länger schulfrei habe, bin ich bei ihnen. Von meiner Operation haben wir in Salzburg in Werfenwenk eine Wanderung durch den Schnee gemacht. Die Berge hier begeistern mich, aber Skifahren möchte ich lieber nicht. Ich bleibe Fußballer. Was mit meinen Eltern passiert ist, weiß ich nicht. Das Rote Kreuz hat uns vor kurzem benachrichtigt, dass nicht mehr nach ihnen gesucht wird. Ich weiß nicht, in welchem Land meine Familie jetzt lebt. Später möchte ich Arzt werden oder etwas mit Medikamenten machen. Jedenfalls will ich Menschen helfen, weil ich gesehen habe, wie wichtig es ist, dass einem jemand hilft. Ich hoffe, dass ich in Österreich bleiben darf, denn wenn man hier etwas wirklich machen will, dann kann man das auch. Das ist in Afghanistan nicht so. Danke, Mosa. Ja, sehr gerne. Also ich bin jetzt, ich fahre mittlerweile sehr, sehr gerne Ski. Also ich muss, ich bin doch nicht beim Fußball geblieben. Also ich muss mindestens eins, zweimal im Jahr Ski fahren. Ansonsten bin ich gar nicht zufrieden mit mir selbst. Und ja, also Fußball ist auch mittlerweile eine Geschichte, also Geschichte, weil zu dem komme ich auch nicht so oft. Und Arzt, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, Arzt zu werden. Aber ja, Arzt bin ich auch nicht geworden oder ich studiere nicht Medizin, sondern bin eher in der Forschung unterwegs. Medikamentenforschung. Medikamenten, ja, mit Medikamenten habe ich was zu tun, werde ich oder werde ich was zu tun haben in der Zukunft. Aber ja, Arzt, als Mediziner habe ich nicht studiert oder 2013, nachdem ich maturiert habe, stand, also habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, Medizin zu studieren, weil es gar nicht für mich in Freie gekommen ist. Von dem her, ja, als 13- oder 14-Jähriger habe ich, anscheinend habe ich sehr intensiv darüber nachgedacht, Medizin zu studieren. Oder, ja, oder, für mich stand immer im Vordergrund, dass ich Menschen helfe und das habe ich anscheinend nur mit Medizin machen können. Aber mittlerweile weiß ich, dass es nicht nur mit Medizin möglich ist, sondern man nimmt jeden Beruf oder sonst. Ja, weil du hast vorhin von Identitätssuche gesprochen und das vielleicht damals, kann ich jetzt nicht so, habe ich es nicht so in Erinnerung, aber mittlerweile ist es auch ein großes Thema bei mir selbst oder bei den Menschen, die zum Beispiel nach Österreich kommen. Dass man sehr stark merkt, dass sie mal wissen, wer sie sind und dass sie als erstes mal versuchen, hier in der Gesellschaft Fuß zu fassen und sozusagen einen Platz zu finden. Und es gibt natürlich auch Grenzen, wenn man jetzt von Grenzen spricht, ob man diese Grenze überwinden kann, hier ein Teil der Gesellschaft zu sein. Dann wird man einem das erlaubt sein oder nicht oder gibt es, wird es einem die Möglichkeit gegeben, diese Grenze zu überschreiten und eben hier Fuß zu fassen oder hier sich als Teil dieser Gesellschaft zu betrachten oder nicht. Und ich habe ein sehr starkes Gefühl, dass es ein sehr wichtiges Thema auch bei den Flüchtlingen ist, ein sehr, sehr starkes Thema, dass einer wirklich nachhaltig auch beschäftigt oder die Zukunft dieser Person nachhaltig mitfärbt, sozusagen mitbestimmt. Und viele zum Beispiel, die jetzt, die als Flüchtlinge nach Österreich kommen, haben einen Identitätskonflikt, einen sehr, sehr starken Konflikt, weil sie wissen nicht, okay, wenn sie als Minderjährige kommen, wachsen sie in zwei unterschiedlichen Gesellschaften auf. Und hier, vor allem, wenn man ohne Eltern lebt, hat man eine gewisse Freiheit oder nicht jemanden bei sich, der einem sagt, okay, ist das gut für dich oder mit der du auch deinen Alltag besprichst und Meinungen holst von dieser Person. Und dieses Thema ist ein sehr, sehr, sehr starkes Thema auch bei den Flüchtlingen. Bei mir war es in den letzten drei Jahren sehr wichtig und sehr mitbestimmend, sozusagen, was meine Zukunft jetzt anbelangt. Und ich glaube, auch bei den anderen, also wenn ich jetzt so mit den Jugendlichen spreche oder mit den anderen Flüchtlingen, da merke ich sehr stark, dass dieser Identitätskonflikt präsent ist und für viele zum Beispiel, dass über Jahre hinweg ein wichtiges Thema ist. Also ich, mir geht es so, ich kann das zwar anerkennen oder einfach, oder noch deutlicher gesagt, zur Kenntnis nehmen, dass es für viele Menschen, und gerade dann, wenn sie Flüchtlinge sind, ein Problem ist, ist, ihre Identität, ihrer sich, ihre Identität bewusst zu werden. Die Fragen, die sofort mir dann im Kopf auftauchen, wenn ich das höre, ist, dass wer sich, ein Mensch, der sich zur Flucht entscheidet, weiß, im Vorhinein, und er setzt diesen Akt gezielt und mit Wunsch, mit allen möglichen Ideen und Wunschvorstellungen und möglicherweise auch idealisierten Wunschvorstellungen, dass er von seinem, wenn man so will, von seinem Ursprung, dass er den verlässt und woanders hingeht. Insofern kann ich das, relativiert sich das bei mir. Ich habe einen guten Freund, der ein Literaturwissenschaftler hat, einmal in einer Diskussion, hat er gesagt, wie es um dieses, auch um das Thema von Identität gegangen ist, im Zusammenhang mit Leuten, die immer ihre Wurzeln suchen, der hat dazu, der hat mal dazu gemeint, also aus seiner Sicht ist es gar nicht so wichtig, welche Wurzeln man hat, sondern viel entscheidend ist, dass man auf seinen zwei Beinen stehen kann, dort, wo man ist. Und letztlich, und das jetzt zu der Frage, und jetzt nehme ich das mal sehr persönlich, was heißt zum Beispiel für mich zu einer Gesellschaft dazugehören? Ist das die Frage, wenn ich sage, ich bin Österreicher? Für mich heißt das nichts anderes, als dass ich einen österreichischen Reisepass habe, dass ich eine Staatsbürgerschaft habe, dass ich zum Beispiel als ein linker Intellektueller in dieser Gesellschaft, ich kann mich zwar bewegen und ich kenne mich aus, aber ob ich tatsächlich zugehörig bin zu dieser Gesellschaft, beispielsweise eine Gesellschaft, die zunehmend nach rechts geht, das will ich einmal ernsthaft bezweifeln. Ich fühle mich dieser Gesellschaft nicht zugehörig. Und ich erinnere mich, als in Österreich dieser alte Faschist Waldheim die Wahl gewonnen hat, habe ich, wenn ich irgendwo im Ausland war, immer mich davor gehütet, bekannt zu geben, dass ich aus Österreich komme. Ich habe immer gesagt, ich komme aus Wien, dazu kommt, dass Wien ohne dies viel bekannter ist als Österreich. Aber es ist natürlich eine sehr luxuriöse Position, wenn man sie vergleicht mit der von Moschterberg, der nicht einmal wählen kann, im Gegensatz zu dir. Also da gibt es ein paar Fragen noch vorher. Bevor man sich diesen Luxus leisten kann, zu sagen, ich gehöre nicht dazu, musste man zuerst einmal dazugehört haben. Also ich habe das deswegen, vielleicht habe ich das nicht deutlich gemacht, um zu zeigen, dass also selbst dort, wo es eine klare Zugehörigkeit, eine klare Identität gibt, diese, wenn man so will, diese zugeordnete Eindeutigkeit von mir dann als Individuum, ohne dies immer wieder überschritten wird und weggelassen wird. Das heißt, ich differenziere sehr deutlich. Auf Basis einer sehr sicheren Zugehörigkeit. Klar, klar. Das ist die Frage, ob ich sie habe. Aber das wäre nicht System. Aber wenn, ich glaube, jetzt nur von dem Text und von dem, die wir halt gelesen haben, oder in den Büchern, wo es um, also die von Menschen mit Fluchthintergrund sind, ich glaube, da geht es viel um, ich weiß es nicht, weil ich nicht geflüchtet bin und ich habe einen österreichischen Pass, aber ich glaube, da geht es mehr um Boden. Also ich glaube, da geht es eben gar nicht um diese Luxusfrage, ich habe einen österreichischen Pass, aber gehöre ich mir dazu oder nicht, weil ich habe auch einen österreichischen Pass und manche Dinge verstehe ich immer noch nicht. Also manche österreichischen Sachen gehen bei mir nie auf, aber ich glaube, dass es da mehr um Boden geht, um so einen Grundsatz. um das auf beiden Füßen stehen zu können. Ich frage mich, wie man das macht, wenn man so, vor allem so jung auch, geflüchtet ist. Also, ich weiß nicht mal, wo, ich glaube, da fehlt einem irgendwie die Basis und das Fundament. Bitte? Du musst neben Sie rutschen. Das macht mir gar nichts aus. Ja, ich glaube, ja. Ah ja, in seltener Schemotten, so ist es eben gemütlich. Ja, klar, klar. Aber darf ich sagen, was Mostaba sagt, ist ja, finde ich, sind zwei Dinge interessant. Das eine ist ja, er spricht über Grenzüberschreitungen sehr stark, also vom Fußballer zum auch Skifahrer. Echte Grenzüberschreitungen. Echte Grenzüberschreitungen. Und das sind zwei Welten, die sich sehr abgrenzen. Und das Zweite ist, und das finde ich zu dieser Frage an Identität, der Willem Flusser, dieser tschechische Philosoph, der hat ja sehr interessante Überlegungen zur Migration. Und eine interessante Überlegung ist, dass er sagt, dass das Menschsein auszeichnet, ist ja nicht, dass man verwurzelt ist, sondern dass man sich aus seinen Wurzeln lösen kann. Das ist ja die Qualität des Menschseins. Das steht aber nicht im Widerspruch dazu, dass man sich wiederum auf Bedingungen einlässt, oder dass man eben diese Verwurzelung sucht. Aber die Qualität besteht daran, dass man sich davon lösen kann. Das ist eigentlich die interessante Figur, und damit arbeitet er. Und ich denke mir, das ist auch ein bisschen in diesem Text, weil der Text sehr existenziell ist. Ich meine, das ist eine starke Erfahrung, den Bruder zu verlieren, nicht zu wissen, wo die Eltern sind, vom Roten Kreuz mitbekommen, es wird nicht mehr gesucht. Und da ist diese Doppelbewegung, die Sie schicken in Ihrem Text, die erinnert mich an diesen Willem Flusser, zu sagen, dass was Menschsein ist, ist das Lösen, das sich freimachen, das frei sein können, aber auch, dass sie zurückvergewiss sind. Und das ist der zweite Frage. Und das sind ja wieder ein Verwirrschung. Das ist ja nicht ein. Das, was du jetzt sagst, das erinnert mich so an die klassische politische Dialektik, nämlich in der These, die Antithese und die Aufhebung des Widerspruchs, in der Aufhebung, und im Deutschen merkt man das sehr deutlich, es sind ja zwei Bedeutungen enthalten. Das eine ist die Überwindung, und parallel im Wort Aufheben steckt ja auch die Idee der Bewahrung. Also dieses, oder jetzt, ja auch dieses Imstande sein, auf zwei Beinen stehen zu können. Einmal ist das eine, mal ist das andere das Standort, das andere das Spielbein. Und mir ist das auch gefallen, wie er von seinem, auch von dem Übergang von Fußball zum Skifahren, beim Fußball braucht man beide Beine, beim Skifahren braucht man beide Beine, aber trotzdem sind die nicht ident, und sind sie nicht dasselbe. Ja, ich denke, ich kann es nicht sagen, wenn wir jetzt sich von den Wurzeln loslösen werden, dann muss man ja wissen, was die Wurzeln sind, damit man sich ja loslösen kann. Das ist der Punkt, und das ist, finde ich, schon wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man sich im Klaren ist, okay, was sind meine Wurzeln? Woher komme ich, wohin gehe ich? Genau, und dann, um zu entscheiden, will ich mich, zum Beispiel, will ich mich loslösen oder nicht, damit ich mich adaptieren kann an die neuen Gegebenheiten, jetzt zum Beispiel in der Gesellschaft, bin ich jetzt, ich bin jetzt niemand in der afghanischen Gesellschaft, sondern ich bin in Österreich, und es sind ganz andere Dinge, andere Grenzen zu beobachten, zu beachten und so weiter. Und das ist zum Beispiel sehr wichtig in der Psychologie, aus dem Grund, weil, wenn zum Beispiel Flüchtlinge traumatisiert sind, müssen sie sich ja mit der Vergangenheit auseinandersetzen, damit sie zum Beispiel eine, damit sie in die Zukunft schauen können. Und insofern ist es für mich schon wichtig zu wissen, was die Wurzeln sind und von was möchte ich mich loslösen oder möchte ich nicht. Und das gibt einem schon, also erst dann wird es einem wirklich viel klarer, wo möchte ich dann hin, wenn ich jetzt weiß, das sind die Wurzeln, wo möchte ich dann hin. Wobei ja dazu kommt, dass das eine ist die persönliche, subjektive Frage, die man sich stellt, die wir uns alle stellen, und das andere ist die Gesellschaft, die etwas zuweist. Und das ist ja auch die Frage, hat man welchen Status? Ja genau, darf man wählen oder nicht, darf man Skifahren oder nicht, das ist, was zahlt man dafür, das sind Fragen, wie wird man etikettiert, kategorisiert, und das ist gerade, wenn man jetzt diese Grenzüberschreitung erlebt, die auch mit administrativen Kategorien verbunden ist, zu sagen, du fällst in diese Schublade und daher bist du so und wir betrachten dich, ist natürlich das eine Beziehung, die ganz wichtig ist. Also die auch diese Suche oder diese subjektive Perspektive wahrscheinlich sehr in deiner Form auch beeinflusst. Zumindest gibt es eine Interaktion damit. Mir ist jetzt noch, es gibt noch so eine Facette, die mir wichtig ist, weil nämlich, ich will nicht, dass jetzt unser Gespräch so einen irgendwie zynischen Charakter bekommt und denke nämlich so an die aktuelle politischen Entwicklungen in Europa, nicht nur in Europa, ob das die Europäische Union ist, ob das die USA ist, wo ständig neue, bildlich neue Grenzen gezogen werden, die nämlich mehr als nur symbolisch, Mauern, Zäune, Bilder, die ich vor mir habe, etwa der Zaun in Mejia, wo Hunderte versuchen, die Grenze überschreiten zu können und mit Glück eine Handvoll es schafft oder die Mittelmeerroute. Ja, also das ist mir wichtig und damit das nicht zu einem, sage ich jetzt einmal, zu einem bekannten Identitätsdiskurs, zu einem individualisierenden und individualistischen Identitätsdiskurs, sogenannten Diskurs, hineinkommt. Darf ich das aufnehmen? Ja, das ist so aufgelegt. Ich habe da ein politisches Souvenir mitgebracht. Reden wir über unsere Grenzen. Tausend Bierdeckel. Hinten steht drauf, eine Mehrheit gegen rechts, es bleibt dabei. Die haben wir vor acht Wochen drucken lassen in der Gruppe, es bleibt dabei. Mit anderen Texten reden wir über unsere Zukunft, reden wir über unsere Demokratie, reden wir über unser europäisches Österreich etc. Als Anregung zum Reden bei Tafeln, bei Tafelgesprächen, die Mehrheit gegen rechts, da haben wir am Sonntag eine Grenze überschritten. Bekommen wir. Ja, oder wir wurden mit über diese Grenze geschleift. Ja, genau. Mittlerweile ist klar, 58% oder 57% ein bisschen was sind sozusagen diese Mehrheit. Und die ist rechts, die ist nicht die Mehrheit gegen rechts. Damit müssen wir leben. Das wäre ein Thema, das wir dann auch aktuell aufgreifen. Damit müssen wir schon sehr lange leben. Wenn der Wiener Sekretär der Sozialdemokratie, der es Landtagspräsident ist, hat einmal in einer Diskussion, das sehr genau analysiert, dass es diese Mehrheit, außer die drei absoluten Mehrheiten von Kreisweg, und die erste Relativ, und dann auch einmal, dass es eine Mehrheit rechts von der Mitte, circa mit, weil wir erinnern, so 54 zu 46 immer gegeben hat. Das waren ausreißer Ausnahmen. Aber, aber wir haben im letzten Jahr... Es wird noch mehr ausführen, als eine Todwelle. Das Publikum kommt dazu vor. Das Publikum kommt dazu vor. Darf ich da ein Teil erinnern? Allerdings rechts und links, und was wir jetzt haben, ist ja nicht nur rechts, einfach konservativ-bürgerlich, sondern jetzt haben wir eine recht extreme, eine ganz extreme, und die zu 60%. Und wir haben bis zu diesem Sonntag ein bisschen uns in der Illusion gewickt, die aus dem Van der Bellen, die aus dem Van der Bellen-Wahlkampf kommt, da gab es ja eine andere Mehrheit. Die Frage ist, ob das eine Mehrheit gegen Rechts war damals, aber es war immerhin eine Mehrheit gegen einen Rechtsextremen. Also das... Offenbar sind Grenzen schwindet. Ich glaube, ich war sehr oft, wenn Sie waren im 10. Bezirk in der Amalien-Sauna und sehr viel im 15. Bezirk, und wenn Sie dort mit den Leuten gesprochen haben, erinnere ich, vor 10 Jahren war für mich die Entwicklung gerade sehr oft wieder. Leider, leider, vielleicht... Ich bin noch nicht dazu gekommen, den unmittelbaren Anlass darüber zu sprechen. Das ist die aktuelle Nummer der Edition Le Monde, Grenzgebiete. Ich will zum Heft selbst jetzt nichts sagen, oder... Oh ja, zwei Sätze will ich doch dazu sagen. Die Edition Le Monde sind Sonderhälfte der Le Monde Diplomatik, wo immer zu bestimmten Themen aus der Le Monde Diplomatik, die über Jahre erschienen sind, die werden zu einem Themenheft zusammengefasst. Das Interessante dabei ist, wenn man sich diese Artikel in der Zusammenfassung... Entsteht ja auch so beim Lesen dann so eine Konzentration, ein Fokus des Blicks. Da sieht man sehr deutlich, wie sich nicht nur journalistisch, sondern auch politisch Begriffe verändern, Konzepte verändern, wie, wenn man so will, die Welt selbst ununterbrochen und laufend in Veränderung begriffen ist und damit auch tradierte Vorstellungen und Grenzen und vermeintlich klare Grenzen eben dann auch überschritten werden. Ja, das wollte ich noch gerne unbedingt... Wollte ich noch sagen und will ich und wollte ich noch unbedingt anbringen. Wir gehen davon aus, dass das ein sehr interessantes Heft ist. Hast du irgendwas schon gelesen? Ich kenne einige der Artikel aus der Diplomatik, die nebenbei bemerkt, ja auch auf Deutsch erscheint, wird die Redaktion und bearbeitet wird, die Diplomatik und auch die Edition Le Monde in Berlin von der Taz und von der Taz-Stiftung, die ja eine ganze Reihe von Projekten immer wieder fördert, initiiert und fördert. Und die sowohl die Le Monde Diplomatik, also die Übersetzungsarbeit, wie auch die Zusammenstellung der Edition Le Monde passiert in Berlin und ist ein Ergebnis der Taz-Stiftung und wird auch von der Taz verwaltet. Und ich lade also ein, im Namen der Taz gibt es heute die ganz frisch gebackene, aktuelle Nummer der Le Monde Diplomatik. Das ist die Edition und auch die Le Monde Diplomatik habe ich dort am Tisch aufgelegt und ist für heute als kostenloses Leser-Exemplar von der Taz zur Verfügung gestellt. Sie hat den Morderwort so bekommen. Ja, die ist schon erhältlich, die deutschsprachige Ausgabe. Wichtig ist halt, dass wir im Grunde genommen das der Taz zu verdanken haben, dass sie seine deutschsprachige Ausgabe haben. Ich glaube, ich habe einen Vorschlag gemacht und natürlich geht es dann ein bisschen nicht auf dieser Sanktion zu sehen, dass wir vielleicht doch, wenn man heute was nicht für Anrufe bekommen hat und so weiter, es ist eine unglaubliche Beunrufung und die Leute schwanken, jetzt 20 oder 40 Prozent in Polen oder Ungarn. das ist dann, dass man nicht auf A-Bahn würde gerne ihre ist oder vielleicht nicht wie das auch ist, sondern doch ihre Meinung dazu hat. Da hat er mir sehr viel diskutiert. Kann ich noch eines sagen zum Thema? Ja, ja, ja. Weil das ja untergegangen ist und weil auch die Edition Le Monde den Titel hat Grenzgebiete Mauern, Schmuggel und Reisefreiheit. Und da gibt es einen Begriff des Schmuggels, der mir am Herzen liegt, der aber im Deutschen problematisch ist, weil, wenn... Ja, weil wir das assoziieren mit kriminellen Handlungen. Die Grenzüberschreitung ist aber, das habt ihr ja sehr schön in euren Texten auch geschrieben, die Grenzüberschreitung im Französischen den Begriff des Passeur. Und der Passeur ist derjenige, der die Grenzüberschreitet, aber auch etwas mitnimmt. Also jetzt nicht nur im Sinne eines, natürlich etwas Verstecktes, was nicht legal ist, was vielleicht, wie auch immer, was vielleicht, was man verstecken muss, was klandestin ist. Aber das Interessante ist, dass die in der Grenzüberschreitung auch, also sich eben nicht nur die Identitätsfrage stellt, sondern die Frage stellt, was sozusagen auch mitgelaufen ist. Mit transportiert wird. Und das halte ich für unsere Gesellschaft hoch relevant. Also das ist für das Thema, was kommt mit. Und das, was mitkommt, ist der Blick, sind Begriffe, sind Vorstellungen, ist eine frühe Sozialisation, sind Wahrnehmungen, Stimmungen, und die verändern natürlich die Gesellschaft. Also ich glaube, dass dieses, daher ist jede Grenzüberschreitung hoch relevant für die Gesellschaft und ist natürlich in einem gelächtlichen Verhältnis zu den Grenzen. Das ist schon klar. Aber das wollte ich nur hinweisen. Ich denke, das ist eine wichtige Facette in der BEM. Gut. Vielen Dank vorläufig. Wir werden jetzt uns im eher im inneren Rahmen bei Kaffee und Kuchen nehmen. Ich nehme das gerne auf, den Vorschlag. Wir verabschieden uns von unseren Zehnern in der Schweiz und in Ostdeutschland. Ich nehme das, ich nehme das. Ja. Ich nehme das.